Am Anfang gab es keine Erde, nur Wasser und Sümpfe. Darüber war der Himmel, in dem Olorun, der höchste Gott, zusammen mit den anderen Göttern lebte. Eines Tages beschloss Olorun, trockene Erde zu erschaffen. Nimm dieses Huhn und den Erdhaufen und erschaffe die Welt. Hallo, ich bin Hildegard. Unterwegs wurde Eurisha müde und schlief ein. Das sah sein Bruder Ododuwa. Er kam, nahm die Erde und das Huhn. Er warf den Erdhaufen auf das Wasser und setzte das Huhn auf diesen Erdhaufen. Es begann zu scharren und die Erde zu verteilen. Dann pflanzte Ododuwa Pflanzen auf die Erde. Bäume für den Wald, Gras für die Steppen und vielerlei Pflanzen für den Menschen. Besonders die Palme, aus denen sie allerlei Gutes machen können. Inzwischen war Eurisha wieder erwacht. Er sah, dass die Erde schon erschaffen war und wurde wütend, weil sein Bruder das getan hatte. So begannen die beiden Brüder zu streiten. Was soll das? Ich sollte die Erde erschaffen. Tja, Pech, du bist eingeschlafen. Es war trotzdem meine Aufgabe. Tja, ha, 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 ha. Doch Olorun griff ein und befahl Orisha nunmehr, Menschen zu formen. Olorun selber wollte sie dann zum Leben erwähnen. So wurden die Menschen erschaffen. Und die Stelle, wo Ododuwa mit der Erschaffung der Erde begonnen hatte, ist für das Volk der Yoruba heute noch eine heilige Stätte. Und die Stelle, wo ich sie nicht mehr schaffe, ist für das Volk der Yoruba heute noch eine heilige Stätte. Untertitelung des ZDF, 2020